Deutschland trennt sich beim zweiten Gruppenspiel bei der diesjährigen Weltmeisterschaft mit 1 zu 1 von Spanien. Das Ganze war wirklich ein extrem intensives Spiel und vor allem taktisch sehr hochwertig, was halt daran liegt, dass man zum einen bei Spanien mit Luis Enrique, aber auch bei Deutschland mit Hansi Flick zwei Trainer auf der Bank hat, die jeweils schon mal das Triple geholt haben, also dementsprechend schon auf Clubebene bewiesen haben, dass sie es auf jeden Fall drauf haben als Trainer. Und das Spiel war vor allem vom Pressing geprägt, wofür ja beide Trainer bekannt sind, dass sie es gerne spielen lassen. Betrachten wir dann zunächst mal die Startaufstellungen der beiden Mannschaften, haben wir bei Spanien das klassische 4-3-3, in dem man halt mit viel Beibesitz agiert, klarer Sechser, zwei Achter davor und dann halt mit Asensio eine falsche 9, der sich dann auch mal weiter nach hinten fallen lässt, während man bei Deutschland wieder mal das 4-2-3-1 hat. Im Ballbesitz soll halt Raum als Linksverteidiger weiter vorschieben und damit halt Musiala ermöglichen, weiter ins Zentrum zu ziehen. Aber die entscheidendste Änderung ist, dass Gündogan von der 6 nach vorne gezogen wurde. Dafür ist Goretzka reingerückt. Und das deutsche 3-Mittelfeld hier lässt sich dann als Reaktion Flix auf Spanien ansehen. Also da war es dann oft so, dass Gündogan halt Busquets zugestellt hat, Kimmich, Petri, der aus seiner Seite ist und Goretzka dann halt Gavi, der auf dessen Seite ist. Und so hat sich das Mittelfeld dann halt jeweils selbst immer so ein bisschen rausgenommen. Vor allem Gündogan war halt entscheidend, dass er Busquets hier auf der 6 rausnimmt, weil der halt entscheidend für den spanischen Spielaufbau ist. Schauen wir uns zunächst einmal an, wie uns die Spanier gepresst haben. Und zwar wenn Deutschland hinten den Ball hatte und sich rausgespielt hat, dann haben die das vorne wirklich mit Mannbezug gepresst. Olmo zu Kera, Asensio ist zu Süle, Ferran Torres zu Rüdiger. Cavaral hat interessanterweise einen ziemlich weiten Weg machen müssen, aufgrund der deutschen Asymmetrie der Außenverteidiger, weil der Raum ja normal deutlich höher steht. Auch im Aufbau war der zum Beispiel gegen Japan viel höher. Aber im Aufbau zumindest war er gegen Spanien meistens auf derselben Höhe wie Kera auf der anderen Seite. Dementsprechend musste Cavaral ziemlich weit aufschieben zu ihm. Und dann ist halt eben, wie ich es vorhin gesagt habe, Petri zu Kimmich, Gavi zu Goretzka, Busquets zu Gündogan. Und so war es dann halt für Deutschland extrem schwer, sich hinten rauszuspielen, weil eigentlich jeder zugestellt war. Aber man hat es dann tatsächlich echt gut gemacht. Und da war dann auch Jamal Musiala entscheidend. Da gibt es auch diese eine Szene, weil Musiala es dann öfter mal hat sich fallen lassen. Um den Ball zu holen. Und er hat dann so das Pressing überspielt, zusammen mit Gündogan und Goretzka. Und so hatte man dann vorne auch eine gefährliche Szene einmal. Und das hatte dann zur Folge, dass Spanien es wirklich über das komplette Feld im 1 gegen 1 verteidigt hat. Also jeder hatte einen festen Spieler gegen den Ball. Dementsprechend hatte dann Laporte Müller, Alba Gnabry und Rotri ist dann fest zu Musiala. Und sobald sich Musiala dann mal wieder fallen lassen hat, um sich den Ball abzuholen, sehen wir es hier in dieser Szene, hat ihn Rotri wirklich über das komplette Feld verfolgt. Und das war auf jeden Fall ein sehr hohes Pressing. Dementsprechend konnte man sich auch nicht immer flach hinten rausspielen. Und Neuer musste oftmals den langen Ball schlagen. Neben dem hohen Anlaufen hatte Spanien in dem Spiel aber auch ein exzellentes Gegenpressing. Kurz, für die, die es nicht wissen, Gegenpressing bedeutet, dass man den Ball halt so schnell wie möglich wieder erobert, nachdem man ihn verloren hat. Damit es deutlicher wird, habe ich auch zwei Beispiele rausgesucht. Einmal in der vierten Minute. Wir sehen hier, Olmo verliert an der Außenlinie den Ball. Aber wir sehen, drei Sekunden später nur, sechs spanische Spieler schon in der Zone um den neuen Ballführenden herum. Dementsprechend können die den halt attackieren und haben den Ball wieder gewonnen. Wir haben hier noch ein Beispiel. Sie verlieren hier den Ball nach dem Kopfball von Ferran Torres. Aber wir sehen hier wieder in dem Umkreis außen zwei Spieler, aber direkt am neuen Ballführenden Musiala auch drei Spieler, die direkt attackieren. Und dementsprechend sehen wir auch hier wieder den Ballgewinn in nur sieben Sekunden. Und das hat Spanien wirklich sehr gut gemacht in dem Spiel. Nun aber zum DFB-Team. Wie ist man angelaufen? Und im Grunde war das eher eine raumorientierte Variante, in der man sein System im 4-2-3-1 gehalten hat, wie wir es auch hier sehen. Müller, der dann halt vorne die Innenverteidiger mal anläuft, aber halt nur allein. Also man ist da eher in einer passiven Variante und will Spanien das Aufbauspiel möglichst schwer machen. Wir sehen hier auch Gündogan bei Busquets, wo er meistens war, weil der halt extrem essentiell ist für das Aufbauspiel. Man wollte also den spanischen Spielaufbau eher erschweren, wie jetzt selbst hohe Beigewinne zu erzielen. Und das war dann tatsächlich echt kompakt und Spanien hatte so seine Probleme, weil man halt vor allem das Mittelfeld richtig gut rausgenommen hat. Man hatte Musiala und Gnabry, die halt jeweils vor Petri und Gavi standen. Und somit konnte Spanien halt eigentlich nur über die Außen sich hinten raus spielen. Oder dann doch durchs Zentrum, weil Kimmich war ja dann meist bei Petri, hat denen zugestellt. Und da kam dann Asensio zugute, der halt wirklich so ein Spielsteigerstürmer ist, der sich dann oftmals fallen lassen hat. Kimmich war schon an Petri dran und dementsprechend hatte der da Raum im Mittelfeld und konnte den Ball dann halt eben voranbringen. Aber wir sehen dann auch hier, nach einer gewissen Zeit hat Flick dann darauf reagiert. Und Süle war dann mannorientiert die ganze Zeit an Asensio dran, hat ihn verfolgt, auch wenn er sich tiefer fallen lassen hat. Und dementsprechend hatte halt eben auch Deutschland einen Konterparat, um das spanische Aufbauspiel zu erschweren. Aber man hatte halt eben nicht nur diese passive Variante, in der man halt eher versucht, die Räume zu schließen, in die Spanien rein spielen will. Man hatte auch sogenannte Pressing Trigger. Was heißt das? Die gegnerische Mannschaft macht etwas Bestimmtes und darauf reagiert die Mannschaft halt mit einem bestimmten Pressing. Und sowas ist auch bei Deutschland. Der erste Pressing Trigger war, wenn Spanien zum Torhüter zu Unai Simon zurückgepasst hat. Wie wir es auch hier sehen können, Müller läuft ihn an. Der Ball geht dann eben zu Rodri. Müller läuft jetzt Rodri an. Rechts hat Gnabry Laporte zugestellt. Wir sehen hier auch Raum kommt von hinten und schiebt halt ähnlich wie die Spanier von seiner hinteren Außenverteidigerposition zum Außenverteidiger auf, um ihn zu pressen. Und dementsprechend hat man dann in solchen Situationen halt auch einen Mannbezug, presst es auch 1 gegen 1 und läuft aktiv an. Und auch so konnte Deutschland Ballgewinne erzwingen. Hier sehen wir, Rodri muss den Ball lang spielen. Spanien verliert das Kopfballduell. Und dann hat eben Deutschland den Ball und kann einen Angriff von Neue aufbauen. Das ist also der eine Pressing Trigger. Der andere ist, wenn Spanien Abstoß hatte. Und da war es dann recht einfacher, weil bei der anderen Variante muss halt Raum erstmal von hinten nach vorne rennen. Bei der Variante ist es ein ruhender Ball und dementsprechend kann man sich schon gut drauf ausrichten. Wir sehen es hier, muss Jala an Müller stellen, die Innenverteidiger zu und das Mittelfeld wie üblich, Gündogan an Busquets. Spanien löst es dann trotzdem recht gut mit Busquets, der dann trotzdem angespielt wird, auf Rodri passt. Und dann hat halt Rodri die Situation, dass wieder jeder zugestellt ist, weil Deutschland es wieder im 1 gegen 1 zustellt. Und dann kommt halt wieder der lange Ball und wir sehen, wieder mal hat Deutschland den Ball zurückgewonnen. Also das waren dann wirklich gute Situationen, in denen man gezeigt hat, dass man auch aktiv anlaufen kann. Und sich auch so die Bälle zurückerobern kann. Wurde das Pressing dann halt aber mal überspielt, dann wird es doch schon das ein oder andere Mal ziemlich gefährlich. Aber dennoch konnte man die Spanier von ihrer eigentlichen Ballbesitzspielweise dann doch fernhalten. Und so waren es dann doch oft Umschaltsituationen, wo sie schnell nach vorne kamen und gleichzeitig auch schnell den Abschluss gesucht haben. Wir haben echt den ein oder anderen Fernschuss, zum Beispiel von Olmo, aber auch von Alba. Also ihre typische Spielweise konnten sie nicht durchziehen. Also wenn ich sage, sie haben keinen Ballbesitzfußball gespielt, dann meine ich das nicht so, dass sie keinen Ballbesitz hatten. Sie hatten deutlich mehr wie Deutschland, aber sie hatten selten wirklich lange, hohen Ballbesitz in der deutschen Hälfte. Was halt dadurch bedenkt wurde, dass sie oft Tiefballbesitz hatten, wenn Deutschland dann in ihrem eher passiven und raumorientierten Schema stand und die Passwege dann eben zugestellt hat. Dann ging es eben in die Halbzeit, es stand 0 zu 0. Aber wie gesagt, was riskant war, war auf jeden Fall, wie Süle sich immer rausziehen lassen hat, wenn Asensio sich mal tiefer ins Mittelfeld fallen lassen hat. Klar, der Druck ist lobenswert, aber so wurde dann oft auch ein großer Raum hinter Süle kreiert, wo dann oftmals zum Beispiel Dani Olmo reinstoßen konnte. Und so konnte man halt über Umschaltsituationen für Gefahr sorgen. Aber wie Spanien für noch mehr Gefahr sorgen konnte, wusste Luis Enrique schon zur Halbzeit. Aber er hat erstmal noch abgewartet, um zu schauen, ob Deutschland in der zweiten Halbzeit weiterhin so spielt, ob Süle weiterhin so aggressiv an Asensio dranklebt. Das Ganze war dann der Fall und dementsprechend hat er dann in der 53. Minute reagiert. Also weder in der Halbzeit noch im tiefen Verlauf der zweiten. So wirklich zu einem komischen Zeitpunkt. Dann kam eben Morata rein für Ferran Torres. Morata ist ins Zentrum und Asensio ist auf den rechten Flügel. Morata hat sich auch an Süle orientiert, wie zuvor Asensio. Aber er hat sich halt eben nicht fallen lassen, sodass Süle hinterher geht. Er hat eine richtige Gefahr dargestellt, was Läufe hinter die Kette angeht. Ist da oft eingestartet. So ist auch die ein oder andere Chance entstanden, wo dann letztendlich kein Torschuss rausresultiert ist. Aber da ist auf jeden Fall eine große Gefahr von ausgegangen. Und dementsprechend ist dann halt auch das Tor gefallen. Klar, da waren es auch andere Fehler. Gündogan zum Beispiel ist in der Szene nicht komplett an Busquets dran. So kann der das Spiel aufbauen. Es geht schnell über die Außen. Und dann ist es halt eben Morata, der in die Tiefe einstartet. Und dann halt eben vor Süle einschiebt, der halt das ganze Spiel zuvor übergewohnt war, dem gegnerischen Stürmer in seine Hälfte zu folgen, aber nicht in seinen Rücken. Und dementsprechend war das dann doch schon eine große Umstellung für das Verteidigungsverhalten. Und so ist dann eben auch das Tor gefallen. So hat Morata also zu einem Tor beigetragen. Oder ja, er hat es erzielt. Aber das Ganze hat dann doch schon Mängel in das spanische Spiel gebracht, nachdem Morata drin war. Weil ich blende euch jetzt hier mal so ein paar Bilder ein. Zuvor hat das Pressing von Spanien ja echt gut funktioniert. Haben da mannorientiert angelaufen. Und entscheidend war da vor allem Asensio als erster Anläufer, der immer zu Süle gegangen ist. Deswegen hat man da auch einen Mittelfeldspieler im Sturm gespielt, weil die einfach defensiv in der Regel besser sind und auch besser pressen können. Genauso ist es bei Deutschland, wo Müller vorne drin steht. Also wie gesagt, hatte man dann eben mit Morata jemanden, der zwar in die Tiefe geht, hindert die Abwehr und somit auch ein Tor erzielt hat in der 63. Minute. Aber der halt schlecht im Pressing ist. Und das war ein Grund, der Deutschland wieder zurück ins Spiel gebracht hat. Des Weiteren wechselt Enrique dann in der 66. Minute, also kurz nach dem Tor, Koke ein für Gavi. Und auch Williams für Asensio. Aber entscheidend ist eben Koke für Gavi. Weil Gavi ist ein Spieler, wenn man den rausnimmt, da verliert man auf jeden Fall an Intensität. Aber man verliert halt auch jemanden, der den Ball mal ein bisschen nach vorne treibt. Koke ist eher jemand, der sicher hin und her passt. Und da ist auf jeden Fall ein Element verloren gegangen. Und durch diese zwei Gründe wurde halt Deutschland dann zurück ins Spiel gebracht von Spanien. Man konnte sich besser hinten ausspielen, weil Morata halt schlecht anläuft. Dann kommt halt eben in der 70. Minute der deutsche Dreifachwechsel. Und dann kommt eben die 70. Minute und der deutsche Dreifachwechsel. Klostermann kommt für Kehrer rein. Füllkrug für Müller. Also auch ein klares Zeichen mit einem Stoßstürmer vorne drin jetzt. Sané kommt für Gündogan. Auch klar ein offensiverer Wechsel. Dann geht halt eben Musiala ins Zentrum. Sané nach rechts und Gnabry nach links. Ja, wie gesagt, das Spielgeschehen ist dann definitiv auf die Seite der deutschen Mannschaft gegangen. Ich habe jetzt auch hier mal die Sofa-Score-Statistik, was den Druck angeht. Und wir sehen hier wirklich so zwischen Minute 66 und 70. Also da, wo Gavi rausgeht und da, wo die deutschen Wechsel kommen. Da schwenkt der Druck auf jeden Fall um auf die deutsche Seite. Kommt dann auch nicht mehr im Spielverlauf zurück auf die spanische wirklich. Und so sind es dann echt mehrere Chancen für die deutsche Mannschaft zum Ausgleich. Und oft war das Muster dann halt eben Sané über rechts. Wo ich schon erstmal dachte, warum rechts und nicht links? Aber er hat gezeigt, wie so echt geniale Läufe von rechts ins Zentrum, wo er ja auch gerne spielt. Und dann konnte er den Ball halt zweimal was, glaube ich. Einmal resultiert dann das Tor draus. Den Ball mit links hinter die Kette von Spanien spielen, wo dann Musiala einstartet. Der halt jetzt aus zentraler Position als Zehner wirklich da gut in die Tiefe startet. Und ja, eine Riesenchance. Bei der anderen nimmt es Füllkrug, ihm ab das Tor zu schießen. Und so ist das Tor dann eben resultiert aus den Wechseln, die dieses Mal echt gut waren. Was ja eigentlich nicht Flicks Stärke ist. Im Endeffekt war es wirklich taktisch gesehen ein richtiges Spektakel. Zwei große Trainer gegeneinander mit wirklich genialen Spielern auf einem richtig hohen Niveau. Man hat die taktischen Kniffe genau gesehen. Ich habe sie euch jetzt mal erläutert, so viel ich gesehen habe. Wenn ihr noch mehr gesehen habt, lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren. Ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren, wenn ihr irgendwas anders seht. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.